Und zum Kabinettsbeschluss, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben, hat Julia Ruß vom Bayerischen Rundfunk folgender Meinung. Na immerhin, die Ampelregierung ringt sich durch zu mehr Vernunft. Sie will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Respekt, allein diese Schlagzeile dürfte beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen Schnappatmung auslösen. Eine besonders lachhafte Regelung soll jetzt auch Geschichte sein. Bisher ist es nämlich so, wenn die Behörden zur Abschiebung anrücken, der Ausreisepflichtige sich aber in seiner Asylunterkunft im Zimmer eines Mitbewohners verschanzt, dann stehen die Beamten machtlos und frustriert vor dessen Tür. Rein dürfen sie nämlich nicht. In Zukunft dann schon. Zumindest öfter. Es ist ein Detail, das da geändert wird. Genauso wie viele andere Dinge. Alles Details. Denn klar ist, auch wenn es zukünftig mehr Abschiebungen gibt, mehr als die 12.000 Abschiebungen, die es bisher in diesem Jahr in Deutschland gab, illegal eingereist, viele ohne Chance auf Asyl, sind in dieser Zeit fast achtmal so viele. Die Bundesregierung kann also noch so fleißig abschieben. Es kommen viel mehr nach und bleiben als gehen. Wichtig wäre, Migranten ohne Bleibeschance kommen gar nicht erst über die Grenze. Auch um denen, die schon da sind, die Gewissheit zurückzugeben, diesem Staat sind seine Grenzen nicht egal. Wir müssen beim Thema Migration zukünftig nationaler denken. Das tun andere Länder schließlich auch. Und wer mit diesem Ausdruck ein Problem hat, der kann sich gerne mal unsere Klimapolitik anschauen. Hier verweist Deutschland ja auch nicht ständig auf die europäische Ebene, weil man als Nationalstaat angeblich machtlos sei, sondern tut sehr viel im Alleingang. Warum nicht auch bei der Migration? Das ist nichts Unmenschliches, sondern langfristig das Klügste. Es bewahrt den sozialen Frieden und hält Rechtspopulisten klein. Die Meinung von Julia Ruß